Hätten wir das Internet retten können? Natürlich geht es in dem Video auch über den Paragraph 13 und die unsäglichen Upload-Filter, aber ich sehe die Sache ein ganz klein wenig differenzierter, als es die meisten Online-Medien momentan darstellen. Dazu mehr gegen Ende des Videos. Aber ich möchte kurz einmal darauf eingehen, wie eigentlich das Internet kaputt gegangen ist. Am Ende vielleicht ein paar kleine Lösungen für ein paar kleine Probleme, die mich besonders interessieren, vorstellen, an die irgendwie bis jetzt noch nicht so richtig viele Leute gedacht haben. Sagen wir es mal so. Aber am Ende werde ich wahrscheinlich relativ traurig enden. Aber wie auch immer, ihr wisst ja, ohne Pott nichts los. Schauen wir mal, ob wir das Uncut durchkriegen. Ist ein Experiment. Falls Schnitte drin sind, hat es nicht gelangt. Wie alles begann. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Zeiten erinnern oder auch nicht. Seitdem, wie man ganz am Anfang mal so das erste Internet gesehen hat, von Beate Huse bis NASA.com, ja, nein, gov, gov, NASA.gov, habe ich schon mal erzählt, das waren so die ersten Seiten, mit denen wir konfrontiert wurden. An der Uni in meinem Fall. Und so langsam ging das auch mit der Werbung los. Ich weiß gar nicht, wann Spiegel Online online gegangen ist. Aber so, das sind doch, ja, tolle Werbung, gell. Das waren schon so die ersten Punkte, wo man dann wirklich auch mal mit Werbung konfrontiert wurde. Und das war am Anfang, ja, mei, da waren halt ein paar Werbebanner, da waren halt ein paar Grafiken dazwischen. Hast du draufgeklickt oder auch nicht? Irgendwie habe ich irgendwie so die Otto- und Quelle-Werbung da im Hintergrund im Kopf. Ich weiß nicht, warum. War das wirklich so? Und das wurde so langsam mehr und mehr. Am Anfang hat man das einfach akzeptiert und nicht drüber nachgedacht. Aber es wurde mehr. Und mehr Werbung. Und irgendwann kam die bewegte Werbung dazu. Danke. Waren das Animated GIFs? Da bin ich gar nicht sicher. Aber es gab auch noch dieses Macromedia Flash. Geil, das dann später von Adobe gekauft wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich das die gesamte Zeitleiste dieser Katastrophe oder dieses Accidents Waiting to Happen darstellt. Also jedenfalls, da ging es dann los mit bewegter Werbung. Und spätestens ab da war es dann Schluss. Ja, okay, JavaScript im Browser hat dann auch schöne Sachen erlaubt. Konnte man bei den meisten Webseiten früher abschalten. Also in dem Sinne von, dass die Webseiten auch noch funktioniert haben. Das ist heute erledigt. Die Rache der Entnervten waren dann die Adblocker. Kennen wir ja alle. Hat super funktioniert. Ja, und dann kam etwas, was ich die Adblocker Wars nenne. So in Anlehnung zu den Wars, die es im Audio-Bereich gab. Die Adblocker Wars. Weil dann gab es ja wieder Blogger von Adblockern. Also einige Webseiten, Bild-Zeitung, hat dann Blogger installiert, die euch in dem Moment, wenn ihr mit dem Adblocker auf die Seite gekommen seid, eben dann zurückgeschmissen haben. Finde ich jetzt gerade im Kontext der Bild-Zeitung recht schickt, weil ab und zu klickt man auf den Link und kommt aus Versehen bei der Bild-Zeitung raus. Und dann sagen die, du darfst hier nicht rein. Und die denken mal, danke, ich wollte hier auch gar nicht rein. Etwas seltsam wurde es, als es dann Gerichtsverfahren gab, gegen Leute, die erklärt haben, wie man die Adblocker umgeht. Und jetzt kommt wieder mein komisches Rechtsverständnis hier raus. Und zwar bin ich jetzt der Meinung, das ist Information. Und Information muss frei sein. Und das Umgehen eines wirksamen Kopierschutzes, wie es ja im deutschen Recht erklärt wird, ist eigentlich per se schon eine Wortkonstruktion, die keinen Sinn mehr macht. Weil wenn ich das erklären kann, vor allem mit ein paar Textzeilen, ist dieser Kopierschutz dann noch wirksam. Naja, okay. Interessant fand ich zwischendurch die Idee, ja, was heißt zwischendurch, das ist noch gar nicht so lange her, dass man Webseiten bezahlt, so eine Art Micropayment, indem man in Rechenzeit auf dem eigenen Browser zur Verfügung stellt. Also so ein bisschen Bitcoin-Mining macht, so ein ganz kleines Stück an Bitcoin und dafür den Rest sehen darf. Das ist eine ganz gute Idee gewesen. Ich glaube aber nicht, dass die wirklich abhebt. Auch alle anderen Arten von Micropayment sind mehr oder weniger bisher gescheitert. Selbst Google hat da einen Versuch gemacht, dessen Name mir jetzt gerade temporär entfallen ist, der aber eigentlich auch gescheitert ist. Und die andere Variante mit, ich logge mich da ein auf, was weiß ich, Washington Post, ich sage jetzt einfach irgendwelche Spiegel, Online und Zeit und Blub und Blah, Leute, Satz, Erdepp, Na, ich logge mich da nicht überall ein. Ist also gescheitert. So, und jetzt ging es erst so richtig los. Die Cookies waren ja schon immer allen so ein bisschen ein Dorn im Auge, aber die meisten haben eh schon abgeschaltet, dass die im Browser dauerhaft gespeichert wurden. Nach dem Schließen des Browsers, Cookies löschen, war eigentlich, ich denke mal, für alle Leute die normale Einstellung. Ja, die EU mal wieder ein bisschen spät dran, hat dieses tolle Cookie-Banner generiert. Ihr müsst warnen, dass ihr Cookies verwendet und eigentlich haben doch alle Leute die bloß weitergeklickt. Geil, hatte aber da eigentlich auch schon keinen Sinn mehr, weil die Industrie, also die werbetreibende Industrie, längst bei anderen Methoden gelandet ist. Von so einfachen Sachen wie, von welcher IP-Adresse oder von welchem IP-Adressraum kommt er, welches Betriebssystem benutzt er, welche Bildschirmauflösung, welcher Browser und wie welche Apps sind, Apps, Browser-Add-ons, welche Browser-Add-ons sind in dem Browser verwendet. Wenn das nicht reicht, könnt ihr sogar noch mit den Zeichensätzen rumspielen und damit ist eigentlich jeder Internetbrowser schon eindeutig gekennzeichnet. Und wenn auch das nicht reicht, dann gibt es so Artefakte bei Berechnungen, die man ausnutzen kann, die auch wieder Computer- und Browser-spezifisch sind und damit ist jeder User eindeutig trackbar. Und wem das nicht reicht, dem gibt es die lustigen Facebook und Google und was weiß ich was, Like-Buttons. Ja, die funken auch nach Hause, wenn ihr nicht Mitglied bei Facebook seid. Das ist toll und da ging es dann eigentlich los. Für mich, also als man das mal alles gerafft hat. Auf der einen Seite hatten wir diese Sache mit diesen dämlichen Adblock-Block-Wars und auf der anderen Seite die Datensammler, die vor nichts zurückschrecken und jeden Kasper online tracken bis zum geht nicht mehr. Damit war es eigentlich, ja, oder man könnte auch sagen, die Fronten waren eröffnet. Naja, hat uns da die Gesetzgebung irgendwas gebracht? Nein, eigentlich nicht. Als Webseitenbetreiber hat man einfach immer nur ein anderes Tool geladen, das dem Benutzer einen anderen Dialog ins Gesicht geschmissen hat. Zwischendurch gab es dann auch so ein paar Sachen mit Online-Verträgen, die man jetzt auch, wenn man es ja online abschließt, man muss es auch online kündigen können und so weiter. Gut, tolle Idee, weil ich kann mich erinnern, als ich noch meinen ersten GMX-Mail-Account, GMX-Pro-Mail, wie er auch immer hatte und man merkt genau, anfangen damit, unheimlich einfach. Beenden, das ging, ich habe zwar kein Einschreiben, aber mit Fax. Leider hatten die von GMX da ein bisschen, also in meinem Fall war es deppert, weil ich hatte irgendwie so den großen Account, weil ich diesen Spam-Filter mal kurz gut fand, später nicht mehr, meine persönliche Meinung, für mich hat er nicht so gescheit funktioniert und ich wäre normalerweise dann einen Schritt zurückgegangen auf diesen mittelteuren. Aber als ich gemerkt habe, was das für ein Gezeter ist, hier überhaupt irgendwas zu verändern, habe ich gesagt, dann kündigen wir es lieber gleich ganz und gehen wir zu jemand ganz anderem. Okay, ich möchte das jetzt nicht zu einer Werbesendung machen, falls euch das interessiert, machen wir das mal in einem anderen Video. Ja, ein Problem, das nie gelöst wurde und wo man wirklich merkt, wie die bösen Business Cashback, BBK, BBK, böse Business Cashback, das Netz kaputt gemacht haben, ist die Sache mit den Spam-E-Mails. Die rechnen eben damit, dass das Versenden von E-Mails überhaupt nichts kostet und wenn nur ein Promille der Leute auf die depperte Viagra-Werbung klickt, dann hat es ihnen schon gereicht. Oder wenn nur ein Promille der Leute diese komischen Aktien kauft, die kein normaler Mensch kauft, reicht, um den Kurs kurz hoch zu pushen. Da gibt es übrigens, ich weiß gar nicht, ob es ein TED-Talk war, irgendein anderer Talk, wo jemand mal versucht hat, also jemand auf Mail-Provider-Seite, diesen Mails zu folgen, also einfach diesen Trends zu folgen und dann, ich weiß gar nicht, ob er es in der Theorie oder Praxis gemacht hat, vorauszusagen, dass die Kurse leicht steigen werden, weil dieses Promille oder Tausendstel Promille der Leute reicht, um die Kurse von diesen lächerlichen Aktien hochzutreiben und ja, ich denke, er kommt selbst auf die Idee, wie man damit Geld verdienen kann. Also im Prinzip hat ein Mail-Provider ausgenutzt, dass die Spam-Versender ihn ausnutzen. Ein bisschen eine seltsame Logik. Kann sich noch jemand an die Vorratsdatenspeicherung-Diskussion erinnern? Das ist ein Desaster, das juristisch eigentlich nur noch als Schildbürgerstreich man bezeichnen kann. Die einzig sinnvolle Lösung meiner Meinung nach, also Quick Freeze, also wenn du etwas Böses gemacht hast, dann wird der Staatsanwalt eben den Provider benachrichten, der ab dann eben die Aufzeichnungen einfriert. Damit hätte man leben können. Was geht man da eigentlich gerade? Irgendwie ist das überhaupt nicht mehr in der Diskussion und man sollte solche Sachen ab und zu wieder hochblubbern lassen, weil es gibt auch eine Theorie, das ist jetzt frei nach Douglas Adams, nachdem die, nennen wir sie mal die, immer, sich immer mehr auf die gesamte Freiheit im Netz, die gesamte Anonymität im Netz, was auch immer man darunter versteht, einschießen, aber ihre Ziele halt quasi doppelt so hoch ansetzen, wie sie sie eigentlich haben wollen. Und nach diesen ganzen Protesten sagt man halt dann, ja, mei, okay, die globale Vorratsdatenspeicherung von allem, ja, dann halt nicht, aber sechs Monate, äh, okay, fünf Monate, okay, passt schon, ne? Nein, das muss nicht gespeichert werden. Wozu auch? Okay, I digress. Leistungsschutzrecht. Och, are you fucking kidding me? Was bedeutet das? Es gab schon immer ein Copyright. Klar, ihr schreibt irgendwas, ihr habt automatisch in Deutschland das Copyright. Was ist mit einem Bot? Ja, es gibt Bots, die Nachrichten schreiben. Es gibt Versuche, dass Bots sehr gut akzeptiert werden darin, wenn sie Sportnachrichten schreiben. Naja gut, Sport und Nachrichten, diese Worte zusammenzufügen, ist schon an sich eine sehr fragliche Konstruktion, meine Meinung. Ja, durch das Leistungsschutzrecht, wie es jetzt wahrscheinlich auch beschlossen wird, ist es schon nicht mehr erlaubt, den kompletten Text der Überschrift zu zitieren. Ja, zitieren, auch das Zitat ist dann in dem Moment meiner Meinung nach schwierig. Interessant wird, was die großen Nachrichtenportale machen, Spiegel, Bla, Zeit, Bla, wie auch immer, es gibt viele, Fokusstern, um mal noch ein paar andere zu nennen, die ja in ihrem Link den Text der Überschrift dann schon führen, wegen SEO. Darf ich dann den Link schon nicht einmal mehr zitieren? Darf ich nicht mal mehr verlinken? Muss ich jetzt mir selber einen Link abkürzer basteln, damit es nicht passiert? Total bescheuert. Wie ist es gedacht? Es ist gedacht, dass die ganzen Publikationen, die natürlich früher, ich sage mit Absicht früher, Geld in ihre Artikel gesteckt haben, jetzt habe ich das Gefühl, kopieren sie eh bloß füreinander oder von DPA oder AP oder Bla, dass die Geld dafür kriegen. Was sie natürlich gemerkt haben, ist, wenn sie das einschränken, dass sie verlinkt werden dürfen von Google und Bla, Bla, was sind die anderen großen? Weiß ich gar nicht. Gibt es noch einen anderen großen, außer Google, Facebook und Konsorten? Wenn die Links ausbleiben, dann geht keiner mehr auf ihre Homepage. Ja, deswegen geben sie, also haben sie in der Vergangenheit, Google eine kostenlose Lizenz gekriegt. Gegeben. Sie haben Google eine kostenlose Lizenz gegeben. Und das führt natürlich dazu, wenn man das alles bis zu Ende denkt, dass die kleineren Publikationen dann das eben nicht tun, strich tun können, von Google dann einfach nicht mehr verlinkt werden und ähnlichen Portalen, weil die ganz kleinen Portale sind eh schon weg, die ganz kleinen Nachrichtenportale. Ja, als letzte Folge davon, wenn sie noch Werbung online hatten, um sich ein bisschen zu refinanzieren, sterben eben die kleinen Nachrichtenportale, also die kleinen Zeitungen eigentlich und die kleinen Nachrichtenportale, das habt ihr toll gemacht. Ihr seid die Besten. Am Ende werden wir bloß noch Google News und die üblichen, ähm, Bertelsmann, was sind die einzigen, die noch üblich bleiben? Springer, Bertelsmann und die Familie Mohn, Das ist mehr oder weniger hauptsächlich, denen die ganzen Publikationen gehören. Die werden wahrscheinlich übrig bleiben. Ja, genau. Das ist das Leistungsschutzrecht. Das haben wir echt toll gemacht. DSGVO hat ein paar Sachen, die gut sind. Ich kann jetzt irgendeinen Online-Verein anschreiben, Online-Verein im übertragenen Sinne und sagen, was macht der mit meinen Daten? Aber auf Homepage-Betreiberseite, Leute, okay, don't get me started. Das hat nichts gebracht. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, dass einige Foren geschlossen haben und ich habe es gleich aufgegeben, ein eigenes Forum zu etablieren. Viel zu viel Arbeit für nichts. Denn was hat uns, ich habe es schon mal gefragt, was hat uns die DSGVO eigentlich gebracht? Ich kann alle meine Daten von Facebook, Google und YouTube holen und ich kann alle möglichen Newsletter mir jetzt abbestellen oder nicht mehr weiterbestellen, weil die eben mir vorher, ja, weil mir die jetzt Benachrichtigungen schicken mussten. Toll, hättet ihr die vorher nicht bestellt oder die seriösen Newsletter, die könnt ihr ja auch abbestellen und die unseriösen werden weiterhin ihre Mails schicken. Also, ich behaupte, die DSGVO hat uns nichts gebracht. Impressumspflicht. Ja, genau, die gab es schon länger. Eigentlich. Moment, ich muss da noch mal geschwind den Pott reinleeren. Aber nach den letzten Leaks, nachdem da auch Politiker drin aufgetaucht sind, mit ihren Telefonnummern und Privatadressen, kommt man plötzlich auf die Idee, Das ist ja blöd. Da muss ja jeder in Deutschland seine wahre Adresse oder die seines Büros hinterlegen. Was für eine Deppert die Idee. Dazu kommen wir später noch, weil da habe ich mal eine kleine Idee. Streaming. Jetzt drehen sie völlig durch. Früher war es ja so, früher ist noch nicht so lange her, ein paar Monate, Gronkh und Konsorten. Wenn du online streamst und halt viel Zuschauer hast und einem Sendeplan folgst, so haben sie das genannt, dann musst du eine Rundfunklizenz beantragen. Weil bla bla, Jugendschutz und bla bla. Naja gut, also ich würde es jetzt noch verstehen. Wenn, sorry, what comes down, must come up. Der Spruch passt jetzt nicht, aber egal. Ich würde es ja noch verstehen, wenn man damit verhindern will, dass irgendwelche neuen Pornokanäle hochkommen. Die werden sich eine Streaming-Lizenz beantragen. Klar, logisch. Jetzt haben sie Gronkh und was war das? Oh Mann, war das Hans-Verbot auch? Hat der auch mit seinem Streaming, der hat auch mit seinem Streaming Probleme gekriegt, gell? Jetzt haben sie sich die geschnappt und sie haben explizit in irgendeinem Urteil gesagt, dass das nicht nur davon abhängt, wie viele Streaming-Clients, also wie viele Leute das gucken, da ist so die Zahl von 50 im Raum gestanden, sondern das ist egal. Also wenn ich einen Online-Stream mache, dann müsste ich eine Rundfunk-Lizenz beantragen und irgendwie Jugendschutz beauftragen und was sonst noch so alles ist. Haben sie euch ins Hirn geschissen? Aber ich glaube nicht, dass das die große Verschwörung der etablierten Rundfunk-Sender ist. Ich glaube, die haben das gar nicht gerafft, dass ihnen langsam die Fälle wegschwimmen. dann sollen sie das auch raffen, während sie damit beschäftigt sind, unser Geld auszugeben. Haben wir eigentlich keine Chance. Ich glaube eher, dass das ein bisschen wie mit dieser Feinstaub-Debatte unter deutschen Umwelthilfe ist. Uah, jetzt werde ich mir kleine Nesseln setzen. Das System goes mad. Das ist jetzt blöd, so einen den englischen Satz. System goes mad. Was heißt? Man hat einen Beamtenapparat gebaut mit bestimmten Gesetzen. Also das ist wie so eine Maschine. Es gibt diese Live-Simulation zum Beispiel. Man gibt diese Maschine Regeln und lässt sie laufen. In dem Fall hat man eben Gesetze gemacht und lässt unsere netten Beamten laufen. Was machen sie? Irgendwann merken sie, huch, da wäre ein Gesetz, das ich anwenden müsste. Ja, heiliges Blech. Dann machen wir das doch. Ich glaube nicht an die große Verschwörung. Ich glaube, dass Systeme einfach durchdrehen und dass unsere Gesetze zu alt sind. Vielleicht auch hängt es damit zusammen, weil die Gesetzgebenden etwa sich im selben Alter Nein, das stimmt nicht. Das war jetzt böse. Ja, und dann drehen die durch und fangen an hinter Streamern hinterher zu rennen und Rundfunklizenzen schafft den ganzen Verein ab. Ja, aber die Jugend wird wahrscheinlich inzwischen online schon alles gesehen haben, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr müsst das Problem anders lösen, nicht mit Streaminglizenzen. wenn man dasselbe Video einfach aufnimmt und dann hochlädt, brauche ich keine Streaminglizenzenzen. Okay, naja. Uploadfilter. So, und jetzt kommen wir zu dem Missverständnis. Der Paragraf 13 wird immer mit Uploadfiltern, also als Folge, mit der Folge der Uploadfilter gesehen. Also, die Plattformen haften für den Content, den die Benutzer hochladen. Und zwar immer und unbegrenzt glaube ich, dann sagt jemand, der Herr nette Herr Voss, sagt dann eben, ja die müssen halt mit allen Rechtegeneratoren, wie nennt man das, mit allen Rechteinhabern verhandeln, damit sie da irgendwie das schaffen, damit die ihr Geld kriegen. Das haut nicht hin. Das ist völlig unmöglich. Wie soll irgendeine Plattform mit mir, ich habe Bilder online, mit mir verhandeln? Are you fucking kidding me? Ja, ich habe das wirklich jetzt gesagt. Deswegen, es geht hier nicht darum, dass Uploadfilter installiert werden sollen, sondern, dass die Haftung bei den Plattformen liegt. Das ist der Kern des Problems. Denn bis jetzt war es so, wenn ich Mist gebaut habe, bin ich dafür haftbar. Ich bin bei YouTube, Facebook, bla bla, sogar mit Klarnamen angemeldet, Impressumspflicht, dazu kommen wir gleich, bla bla. Ich stehe für den Mist, den ich mache, Fati, welchen mache? Ein. Die Plattform kann nichts dafür. Wenn ich irgendeinen unserer hochverehrten Politiker anrufe und ihn aufs Übelste beleidige, zahlt auch nicht die Telekom die Strafe, auch wenn ich ihr Netz benutzt habe für die Beleidigungen. Wenn ich ihnen einen bösen Brief schreibe und sie persönlich beleidige, dann wird nicht die Post dafür haften, sondern ich, weil ich den Brief geschrieben habe. Und genau diese Analogie läuft hier vollkommen falsch. Ja, jetzt kommt es natürlich, jetzt sagt man natürlich wieder, oh, was hat jetzt das für Folgen? Naja, ach wisst ihr was, machen wir noch ein paar Punkte dazwischen, weil dann erkläre ich euch das, wie ich mir das mit der Impressumspflicht jetzt vorstelle. Und zwar, so ein bisschen ein Resümee, was wir jetzt hier in dieser Auflistung gesehen haben. Das Internet beschleunigt viele Probleme, die eh schon da sind oder beschleunigt Missstände. Schau dir mal die Amerikaner an mit ihren seltsamen Besteuerungen. Jeder Bundesstaat kocht da sein eigenes Süppchen. Amazon hat das natürlich ausgenutzt und natürlich böse, Amazon. Das klappt alles nicht mehr so. Wir sind weltweit vernetzt und Dienstleistung und digitale Güte sind weltweit verfügbar. Findet eine Lösung dafür, ich weiß es auch nicht, ist aber nicht mein Problem, lässt sich so jedenfalls durch Verbote so ohne weiteres nicht lösen. Auch zum Beispiel ein kleineres Problem, wie früher waren Filmstarts weltweit verzögert und so weiter. Das haut heute nicht mehr hin, weil die Filme sehr manchmal vor ihrem Start auf Pirate Bay verfügbar. Ja, okay. Jetzt zur Impressionspflicht. Ja, weil ich muss doch persönlich haften. Wenn ich Mist mache, will doch jemand mich finden, wenn ich böse Sachen online verteile. Es gibt einen Bereich, wo auch heute schon dieses Problem besteht und wo es gelöst wurde. Wenn ihr euch im Straßenverkehr bewegt, seid ihr dafür haftbar, was ihr tut. Auf eurem Auto steht hinten nicht euer Name und eure Adresse. Das muss man kurz sacken lassen, gell? Es ist nämlich dieselbe Argumentation. Ihr haftet sogar unbegrenzt für den Schaden, den ihr erzeugt. Und ihr seid persönlich haftbar. Und wir haben uns gelöst, man hat eine Nummerndarfall drauf gemacht. Und so abartig das klingt, warum gibt es das nicht für Homepages? Eine Referenz, es muss ja gar nicht eine Nummerndarfall sein, das ist jetzt bloß ein Beispiel. Ich hinterlege meine Adresse bei einem, von mir aus beim Kfz Kraftfahrer, Kraftfahrerbundesamt, genau, ist doch mir egal, nicht mehr das Internetbundesamt. Nimmt die Leute von der GEZ, die heißen jetzt wie Einzugs, ich weiß nicht mehr, Beitragsservice oder was, nimmt die, lasst sie was Gescheites tun und da muss ich, wenn ich Inhalte in Deutschland veröffentlichen will, ich finde es zwar immer schon, immer noch eine bescheuerte Lösung, aber immerhin, da muss ich dann eben meine Daten hinterlegen und dann sagen die, ja, servus, du bist du, einmal Prostident-Verfahren machen und dann ist es gut und dann kriege ich in der Pappahl, so wie dieses dämliche TÜV zertifiziert, aber jetzt, ich möchte ja nichts gegen TÜV sagen, ich möchte nur sagen, ich halte dieses TÜV Certified Trusted Shop für ein bisschen fraglich, also von diesen Shops wurden noch nie welche gehackt, das ist wie die ISO 9000 Zertifizierung, don't get me started und dann kriege ich mein Internetpapperl, mein, ich bin ein guter Deutscher, ich habe meine Adresse hinterlegt und wenn ich so richtig Mist mache, dann sollen die gefälligst über einen Gerichtsbeschluss meine privaten Daten dann eben rausgeben, so wenn ich mit meinem Auto einfach irgendjemand anfahre und von dannen ziehe, ist genau dieselbe Logik und jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, wo das freie Internet eingeschränkt wird, weil jetzt könnte man natürlich auch sagen, auf YouTube ist das ähnlich, weil für mich ist jetzt kein Unterschied, weil ich habe meine Homepage und mein Impressum eh schon, dann könnte man natürlich sagen, YouTube könnte sagen und jetzt sind wir da bei dem Recht mit der freien Meinungsäußerung, ja, wenn du jetzt sagst, dass du gut bist und ich muss ja eh meine Daten denen geben, weil ich will ja, da die Videos monetarisiert sind, ihr versteht, ne, ich muss da irgendeinen Weg des Geldes zurückbahnen, YouTube kriegt mich, wenn sie wollen, weil YouTube noch nicht in, Bitcoin ist ja auch nicht anonym, in was weiß ich, PaySafeCard auszahlt. Okay, Facebook wäre jetzt ein anderes Thema. Also, damit wäre dieser Bereich schon mal erschlagen. Und am Ende des Tages, wie wird das alles enden? Nicht so glorreich, wie manche Politiker euch erklären, denn die Zeitungen werden einfach sterben. Da macht es jetzt einen dicken Punkt dahinter, jedenfalls in dieser Art und Weise. Vielleicht finden sie noch eine Lösung, auf die ich gerade komme. Ich halte sie inzwischen auch tatsächlich für überholt. Ich bin der Meinung, dass es langsam reichen würde, entweder direkt mit DPR und wie auch immer einen Account zu machen, weil, sorry, vergleicht einmal die meisten Meldungen. Das ist genau dupfengleich das Gleiche bei verschiedenen Zeitungen. Die Lokalen mögen jetzt noch sich ein bisschen anders verhalten. Und diese ganze Geschichte mit dem Urheberrecht. Ja, Leute, ihr habt die Videoplattform kaputt gemacht, was früher sich auf Netflix und Amazon und was weiß ich was, Sky, Sky Ticket, wie heißt das Club Bad, ich habe das ja nicht, verteilt hat. Das divergiert jetzt. Ich hatte es schon ein paar Mal, habe mich ja darüber lustig gemacht, wie Disney und die anderen langsam aus diesen Plattformen, die ja alles gesammelt haben, rausgehen. Und die Folge ist, und das habe ich schon in meinem Ende des Jahres Zukunftsvideo vorausgesagt, you heard it first here, dass jetzt die Piraterie wieder zunimmt. Die Leute sind aber, und das ist jetzt der Unterschied, die Leute sind nämlich bereit, für diesen Content zu bezahlen. One-Click-Hoster und so weiter könnten euch das bestätigen, nehme ich mal an. Müssten wir eigentlich mal echt untersuchen, aber ich glaube, die reden nicht so gerne über solche Sachen. Die Leute sind nämlich bereit zu zahlen, das ist ein Irrglaube, die wollen nur ihre Ruhe haben und die wollen nicht zehn Accounts machen. Das haben sie völlig kaputt gemacht. Ja, und dann kommt natürlich, ganz am Ende des Tages, bleiben noch ein paar Sachen übrig, die ich jetzt hier nicht gestreift habe. Das ist so der ganz, ganz böse Content. Okay, der war schon immer illegal. Den muss man halt runternehmen und dafür gibt es ein Meldesystem und den kann man halt dann nicht durch Algorithmen irgendwie verwurscht haben. Und schon allein die Sache mit Content-ID bei YouTube ist ein Fass ohne Boden. Im Prinzip sind wir zum Video durch, ihr könnt jetzt weggehen, gell? Warum ich zum Beispiel keine Musik in Videos verwende? Man kann die YouTube eigene Musik verwenden, kluge Leute verwenden die. Und bei der anderen Musik, auch wenn ihr die irgendwo hernehmt und der eine sagt erst mal, sie gehört ihm und ihr könnt sie lizenzfrei verwenden, wenn ihr den Link reinsetzt, wisst ihr denn wirklich, dass diese Kasper, das war jetzt nicht abwertend gemeint, dass diese Kasper das ewig durchhalten? Wenn die nach zwei, drei Jahren beschließen, dass ihre Musik ihnen doch gehört und einfach das löschen, so diese Meldung, so ihr könnt die lizenzfrei verwenden und auf ihrem Urheberrecht pochen, dann haben die plötzlich alle eure Videos auf dem Sack, auf dem Sack ist falsch, auf dem Kieker und können euch entweder demonetarisieren oder euer Geld nehmen. Und in ähnlichen Fällen ist das passiert. Es gab schon Leute, die Videos geschnitten haben und da sind bei dem Schnittprogramm irgendeine Beispielmusik dabei und andere haben diese Musik als ihr Eigentum dann YouTube angemeldet und dann angefangen haben, die Videos zu claimen. Dieses System ist kaputt. Das haut so nicht hin. Und deswegen, weil mir das zu blöd ist, gibt es bei mir keine Musik außer YouTube eigene oder außer ich mache mal eine Ausnahme, weil ich denke, ich kann es riskieren aus Gründen. Und ich bin auch sehr vorsichtig mit Hintergrundbildern und mit Hintergrundvideos und so weiter, weil das alles vollkommen kaputt ist und das Urheberrecht ist sowieso, das lassen wir jetzt lieber, weil Urheberrecht ist völlig kaputt. Da machen wir ein eigenes Video, wir lassen das uncut, sehe ich jetzt schon, aber denkt mal kurz drüber nach, wenn ihr die Argumentation beim Urheberrecht anschaut, die eigentlich für mich teilweise klar ist, meine persönliche Meinung ist, in dem Moment, wenn jemand bei mir etwas klaut und damit Geld verdient, also es irgendwie monetarisiert, in welcher Form auch immer, dann kriegt er eins auf die Pfoten. Aber schaut euch mal den Modebereich an. Da scheinen diese Gesetze nicht so wirklich zu gelten. Das ist komisch. Und sind ein paar andere Sachen komisch. Aber das führt jetzt zu weit. Tja, ich hoffe, das war mal was anderes. Auf was anderes war es auf jeden Fall. Das war ein ziemlich langes Labervideo. Wie lange haben wir? Ach, doch Schande. 27 Minuten. Chaos an, 27 Minuten. Für mich ist es einfach, für euch war es jetzt ein langer Tag. Und wenn ihr jetzt während dem Video eingeschlafen seid, dann versuche ich euch jetzt noch ein paar sublime Botschaften zu hinterlassen. Liked dieses Video, schaut es mehrmals. Darf ich das sagen? Nein, ist ja egal. Nein, natürlich schaut es nicht mehrmals. Liked das Video, verteilt es an alle eure Leute, die ihr gerne habt und die ihr kennt. Und schaut es mal unten in den Links, unten in der Videobeschreibung, nach allen möglichen Sachen, wie ihr den Kanal unterstützen könnt. Ja, also bis zum nächsten Mal. Servus! 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 Servus!